Hallo meine Freunde, willkommen zu meinem Video von mir und Boss! Willkommen zu meinem Video meine Freunde! Der gute alte Santino, ihr wisst doch Bescheid man! Der bei Flair war und dann sich beschwert hat und jetzt wieder nach Polen gegangen ist. Erst bei Kollegah und jetzt haben alle auch noch die Texte von Asche geschrieben haben. Santino man, in welchem Film bist du denn? Bist du immer noch in 2016 fangen geblieben? Nachts in Berlin mit dieser Jackie, mit der Jimmy Flasche rumzogteln oder was man? Leg dich in der Vergangenheit, Junge, 21! Fünf Jahre später, bist du hängen geblieben auf 2016 oder was man? Bist du jetzt Flair, wo es alles erfunden oder was man? Kann ja sein, dass du geschrieben hast man, aber du hast doch Cola mitkommen! Sei zufrieden Junge, mach hier nicht den unteren Barren man! Schieb ja keine Welle wie Tsunamis man! Was ist los mit dir? Alter Schwede man, der läuft doch heutzutage man! Und in den Boxen steht gar nichts mehr! Setz doch nicht zum Thema man! Kipp! Jau! Brr! Schreib Nachrichten an PS4 zurück man! Wegen Selbststatement, ihr wisst doch Bescheid man! Wegen Rappern, du kommst man! Die ganzen Kram man! Kapi, ist Nachrichten, ist emotional, ist zurück Respekt man! PA man, Junge ist respektvoll man! Okay meine Freunde, das war so ein Video von mir an! Was habe ich nur gleich vergessen, mein Foto zu machen! Ich bin dann gem��ig! Das war so viel Respekt! Mit mir ist das hier mit dem, wie ich mir nicht so vielssãos zu sein! Und in die Zukunft ist alles zusammen,